Er hat ein Mädchen und das heißt Mädchen, das holt den Wuppertal am tiefen Tappeltönchen. Da steht ein kleines Haus, da schaut ein Mädchen raus. Und das ist das Mädchen von tiefen Tappeltönchen. Und das ist das Mädchen von tiefen Tappeltönchen. Und das ist das Mädchen von tiefen Tappeltönchen. Shh!